Geht weiter? Wenn du selber sagst, dann benutzt du sofort. Ich würde sagen, von Milliarden Menschen kann vielleicht einer dich miterholen von mir. Du kannst schon lachen, aber... Ja, und vor allem aus dem Auto raus. Das ist sicher die Überfahrt. Nein, die sind nicht aus dem Auto rausgemacht, sondern aus der Kamera rausgemacht. Das hat mit der Kamera gemacht. Ja, das ist, weil du nur so schöne Fotos drin warst. Schau mal, das Licht oben drauf. Wow! Polizervat. Schau mal an. 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 500 Frauen. Ja, aber Hermann, du brauchst nicht mehr. Er hat dich. Ja, so nicht. Wow, die hast du gemacht. Manche Pounds. A fast-food restaurant. Wow, schau mal an. Schau mal an. Ich hatte keine Ahnung, dass er sich unterhalten... ... alle diese negative Emotionen über den Injury hat. Ich hatte keine Ahnung. 20 Jahre lang. 20 Jahre lang. Bevor Mark found out, was er hat sich gemacht. Der Mann in der TV war da. Was war da? Was war da? Und die ganze Geschichte spielte. Er hat viel Zeit mit mir verstanden. Er hat mich viel Zeit verstanden. Weil ich es brauchte. Ich wusste nicht, wie ich es brauchte. Ich wusste nicht, wie ich es brauchte. Und er sah es. Was hat er gemacht? Er hat sich wusste, dass alles wirklich was. Das sind einfach die Bulli zufot. Ich weiss nicht, aber... Es ist nur ein Schreie, es gibt selten auf der Hand. Ja, ich meine, du kannst schon lachen, aber... Siehst du... ...den GIF von dem Typ, der das fotografierte? Ja, es hat ein paar Gurt. Ja, von allen Foten ist schon eine sicher. Gut. Und... ...der Rest ist einfach... ...genial, genial. Ja, das bin ich auch. Ein bisschen über das Spiegelgatte. Und noch ein bisschen über dir. Sonst fühlst du mir nicht wohl, dann macht es mir wieder weh. Danke. Das ist ja gut. Das ist der Mongo. Das ist einfach der Mongo, der reinguckt. Ich warst nicht über die Paralyse. Nicht nur den. Ich frage Mark. Was wäre das erste, wenn er noche Bewerbe und Steg? Was wäre das erste, was er zu tun? Der Anfang war es seinen Fans. Hier ist ja normal. Wenn wir mit der Kopfschmerzen aus der National Athletik, die sagen, dass sie hebsen und sie nie werden. Vielleicht haben sie zu ihnen gesagt. Vielleicht sagen sie, ich will ihn wieder spielen. Wollt ihr in der Zeit? Ja, er ist ein großer Fan des Footballs. Er ist eine Frau, er hat einen Stimmbruch. Willst du den Schrott eigentlich nicht löschen, dass es unscharf ist? Das sind die geilsten Fotos? Nein, unscharf nicht. Schatz, im Fotografieren geht es nicht um die Schärfe, nur. Im Fotografieren geht es auch um die Farbe, um die Kolorierung, um die Schattierung. Es geht um das Motiv. Zum Beispiel gibt es das so genial. Foto, wir sehen vorne Tröpfe und hinten dran sieht man... Da auch. Es gibt zum Beispiel diese Schäfte, vielleicht nicht. Es gibt nicht einen Menschen auf der Welt, der so eine Foto macht. Hier auch. Das sind auch Fotos, die Polizien preismässig... Schau mal. Sie haben einen Zuckrisch. Was? Sie finden sie ein Obdänen ins schwarze Loch? Schau mal an. Du willst die Strasse finden für Gott. Was ist das zu ihr? Also, sie finden sie mit einem Schmerz ab. Da auch, Chefs. Da auch. Da auch, wie mal die Fahrer vom Motiv. Und Pete, Lef, er sagt...